Liebes MCI in Innsbruck, liebe Studenten, liebe Alumni, liebe Professoren, lieber Rektor Andreas Altmann, als ihr mich vor ein paar Jahren gefragt habt, ob ich Senior Advisor des MCI werden wolle, da habe ich so spontan Ja gesagt. Ich bin begeistert von dieser Hochschule, ich bin begeistert von dem, was ihr ausstrahlt. Ich beneide heute alle Studenten, die am MCI studiert haben oder noch studieren. Sehr gerne wäre ich noch mal 20 Jahre alt und so wie ich damals an die SoWi-Fakultät an der Universität Innsbruck marschiert bin, 1986, so würde ich heute sehr, sehr gerne zu euch ans Institut kommen und diese außergewöhnliche Community erleben. Toll, was ihr, das Rektorat, die Professoren, die Dozenten, die Studenten, die Alumni und das ganze Team in den letzten 25 Jahren aufgebaut habt. Ihr seid aus meiner Sicht eine Marke geworden, eine globale Marke, die attraktiv ist für Studenten aus aller Welt. Die Marke, die steht für Engagement, für Zukunft, für Überzeugung, für Empathie und für die Digitalisierung einer Welt, die mit euch zusammen nur besser werden kann. Das MCI ist ein Aushängeschild für Innsbruck, ein Aushängeschild für Tirol und es wird weltweit mehr und mehr zur Marke und zum Attraktor für Studenten und Manager. Ihr alle könnt darauf sehr, sehr stolz sein. Ich wünsche euch weitere 25 erfolgreiche Jahre und ich würde mich freuen, wenn ich in lange Zeit ein Teil davon sein kann, von dieser Gemeinschaft des MCI. Ich wünsche euch die Ich wünsche euch die